Okay, I got it! Ja, wir suchen jetzt hier gerade einen Kids nach. Die Mutter wurde überfahren. Und ich habe mir das Wärmebild hier vorne gerade was ausgemacht. Da liegt auf jeden Fall was. Ich hab's. Ich hab's. Scheiße, das sind sogar zwei Kids. Das sind zwei Kids. Ja, um das mal gerade aufzuklären. Wir hatten heute Morgen einen Wildunfall hier von einer Ricke, die hoch beschlagen war. Beziehungsweise nicht beschlagen, aber wo die Milch, das Gesäuge komplett voll ist. Und dementsprechend sind wir heute Abend ins Revier gefahren und ohne Wärmebild hätten wir die niemals gefunden. Jetzt bewegt sich das sogar. Ne? Nehmen wir mal ein bisschen schön. Und zlücken mal ein bisschen was. Äh, warte, warte. Wir nehmen auch ein bisschen Moos unten. Guck mal, hier liegt so tolles Moos. Na ja, dann haben die ein bisschen was vom Geruch und so. Das langt auch schon. Ja, das langt. Da kann man ein bisschen Fahnen oben drauf legen. So. So sieht das doch ganz gut aus. Okay, schön. So. 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 Warte mal, warte mal, stopp, ich will bloß die Hand anfassen, oder? Doch, die werden ja eh per Hand aufgezogen. Gut. Das ist okay. Warte mal. Nein. Was frest du? Ich bin 14 Jahre alt. Hallo. Ich warte mal. Guckt euch die zwei süßen an. Das ist so süß, so goldig. Die Kids haben noch nie einen Menschen gesehen. Jetzt gehts zu der Rehaufzuchtstation. Wir fahren da gleich mal hin und gucken uns das überhaupt an, ob das vernünftig ist. Aber wenn die Frau das schon seit 20 Jahren macht, wird das alle schon einen Sinn verstanden haben. Und da fahren wir mal hin und dann geben wir die ab. Die hat mittlerweile jetzt gerade drei weitere Kids dort. Und das heißt wir werden gleich echt Kindergarten da haben. Ja. Soll ich umklappen oder gehe ich? Ja. Ich bring die mal eben rein. Ja. Ich halte die auch in Zukunft dann. Hier kommen keine Schulklassen mehr, keine Kinder werden. Ja. Ich halte die wirklich nur so, dass die nur mich als Bezugsperson kennen. Ja. Und dann werden die auch ab einem gewissen Zeitpunkt ganz alleine scheu. Ja? Ja. Die werden alleine scheu. Das ist gut. Das Schlimme ist nur, dass die meisten Leute bei der Aufzug, sie verhätschen. Ja. Dann kommen die aufs Sofa und dann sind das niedliche Bambis. Und das geht immer nach hinten los. Auch wenn es schwer fällt, möglichst viel Distanz halten. Ich bin weiter nichts wie Starthilfe ins Leben. Ja? Sehr schön. Ja. Und dann kriege ich auch den Zeitpunkt, wenn die die Flasche nicht mehr so regelmäßig wollen, dass ich ins Gehege komme mit meinem großen Arm voller Laubschweigen. Die gehen ans Ende vom Gehege und kommen erst wieder hoch zum Steil. Ja. Sie werden auch von alleine wieder scheu. Ja. Die sind ja schon ein bisschen größer. Ja. Die sind ja auch schon dreieinhalb Wochen hier. Ja. Und das Schwarze war ganz elend. Das hat mit Sicherheit schon länger unverseucht gelegen. Ja. Bleibt drin, mein Schatz. Oh, da ist ja das Schwarze. Und sind das alles drei weibliche, oder? Das hier, Willi, ist ein Böckchen. Die anderen beiden sind weiblich. Das ist ein Böckchen. Und das Schwarze ist auch weiblich? Ja. Ist auch weiblich. Okay, ja schön. Ist ja niedlich. Bleib schön da. Ja, toll. Alles gut. Okay. Und hier kommen die dann rein, wenn sie noch größer sind, oder? Echt nicht. Ah. Ich hätte die jetzt schon in den eigentlichen Stall gebracht. Ja. Aber der hat mir den Zaun nicht geliefert. Ich mache da eine Abtrennung. Okay. Dass die Hühner da drüben bleiben. Ja. Und die Rehe separat. Ich will das Rehehege um dieses ganze Stück hier. Oha. Ja, also. Das sieht richtig gut aus. Die haben hier hohe Dickung. Haben ein paar Brennnesseln. Also im Prinzip alles, was man braucht. Auch ein bisschen Freifläche, damit die sich saunen können. Die Sonnenenergie, die Vitamine tanken. Das ist alles da. Schön. Was ist hier angesehen? Wildacker. Wildacker. Das ist ja der Hammer. Ja. Das ist super. Top. Und da hinten? Da hinten haben sie eine Schutzhütte. Ja. Schutzhütte. Können sich in die Sonne hüten. Jo. Hier ist sogar ein Stall bei schlechtem Wetter. Mit Heu. Ja, schön. Und haben hier um die Ecke. Eichen, Kastanien. Für die erste Zeit, wenn sie hier reinkommen, eine kleine Schutzhütte. Ja, super. Was kriegen die jetzt als allererstes von ihnen? Fencheltee. Mit Traubenzucker. Mit Traubenzucker. Danach? Danach kriegen sie, der Fencheltee wird schon ein bisschen Milch zugerührt. Ja. Und dann kriegen sie die Lämmermilch. Lämmermilch dann. Ja, schön. Und die drei, die trinken jetzt schon pro Mahlzeit 300 Milliliter. 300 Milliliter. Ja, top. Ja. Und das alle drei Stunden. Gut. Also ihnen gebe ich gerne meine zwei Rehe. Schön. Das freut mich. Wir werden uns öfters jetzt nochmal sehen. Ich komme gerne dann vorbei und gucke sie mir auch mal ab und zu an. Ja. Drücken Sie mal den Daumen, dass der Zorn jetzt bald kommt. Der lässt mich schon drei Wochen sitzen. Den ruf ich mal an, dem erzähl ich was. Alles klar. Dann sage ich Tschüss. Tschüss. Dankeschön. Gerne. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020